Ja und damit willkommen zurück zur Baldur's Gate! Für mich ist eine kleine Zeit vergangen zu der letzten Episode, aber das soll uns ja nicht davon abhalten, dass wir heute wieder Unfug hier machen im Baldur's Gate. Wir haben ja einerseits das mit dem Teufelsherz noch und hier unten irgendwo infiltrieren die Türme des Mondaufgangs und da geht es ja nach draußen, wo das mit dem Gebirgspass und die Krippe und ja unser Verlangen da. Ich glaube dem werde ich aber nicht nachgehen. Ich würde sagen wir gehen mal hier die Straße runter und gehen mal da so rüber, aber das ist ja alles hier im Meer oder im See, was auch immer. Und so der Plan. Ja gut, gehen wir mal. Mal schauen was auf uns so badet. Wir können einfach hier daraus runtergehen. Alles klar, Belagerungsmaschinen. Ich würde mal sagen wir müssen hier rüber. Und wir haben ja jetzt den Segen von Selun und Mondschild. Okay. Das ist auch nichts Spannendes. Ah, und da ist vermutlich das ganze... Oh, was haben wir denn hier? Die Donkey Kutschwert. Gehen wir mal mit. Blut auch? Ja, okay. Fackel. Äh, Skelettfeuer. Können wir das Feuer anmachen? Ah ja. Okay. Gehen wir drauf oder nicht? Nee. Und das Zollhaus. Ah. Weißt du was? Wir gehen nochmal wieder. Tschüss. Okay. Was haben wir hier? Was steht da? Wir gehen mal auf der Karte schauen. Das ist das Zollhaus. Da oben wäre es mit Teufelsherzen. Da unten... ...an die Türme. Sollen wir vielleicht nach da oben zuerst gehen? Ich weiß ja nicht. Das sieht nach Stress aus. Das ist das Zollhaus hier. Und da hinten die Türme. Oh, da hinten Schnellreisepunkt. Sehr gut. Äh, muss man nochmal schnell speichern. Na, warte mal. Speichern bitte. Just in case. Ach komm, wir gehen mal zu den Türmen. Okay, die scheine ich mich angreifen zu wollen. Fürs Erste. Ah, ja, okay. Hm. Weniger aus dem Feld und von drinnen. Das könnte ich eben so fragen. Hm. Das wäre natürlich schon ein bisschen badass. Ähm. Das mache ich nicht. Ich lege mich jetzt noch nicht mit denen an. Äh, sagen wir mal. Weniger aus dem Feld und von drinnen. General Kethericks Advisor went off on a field trip. Zarell ist in charge, till he gets back. You'll find Zarell in the audience chamber, true soul. She'll be wanting to hear from you. Zarell? Fancy name. Let's put our best foot forward. Or is it best feet? Na ja, komm, wir spielen mit. Praise the absolute. Okay. Da hinten sind Ghule. Wir haben 70. 58. Ghule werden jetzt weniger ein Problem. Und schauen wir mal rein. Oh. Okay. Glügerin. Waffenschmieds des absoluten. Schläger. Sollen wir uns erst mal ein bisschen umsehen? Ah, warte mal. Da ist ein Händler. Ah ja, geil. So eine Kugel mal wieder. So was. Wir können erst mal Sachen verticken. Oh. Flo didn't tell a lie. She said you'd find me at here you are. Carland. Isn't it? Now there's a name I'd hope never to hear again. What was Flo doing here? Didn't think to quiz her about her business. Florenta, the Garota. A Cambion I knew back in Avernus. She was the closest thing I had to a friend. That said, she would have choked the life out of me if I ever turned my back on her. The fact that she knows where I am, or where I might be going, doesn't exactly delight me. Maybe, probably, I don't know. She's a half devil. Impossible to read. I wouldn't have given her the time of day, but even I needed a laugh once in a while. What can I say? The bitch had good jokes. Enough chatter. Your friend gave me three soul coins. Said I could sell them if I wanted. But if I kept them for you, she'd consider it a favor owed. Soul coins, huh? This could come in handy. Ja. I'll explain later. Away from prying ears. But trust me, you'll be into it. Hmm. Wir sollten, wir sollten mit Teufeln eigentlich nichts machen. Wir haben gesehen, wo das endet. Ja. Kann sein. Aber du bist richtig. Dann wieder. Sie könnten wirklich in Hand kommen. Sollen wir das tun? Sollen wir das nicht tun? Hm. Nee. Pff. Ja. Ja, geh ich mal davon aus. Also. Ramsch verkaufen. Äh, schlichte Robe. Kann man mal weg machen. Ähm. Mittlere Rüstung. Ungewöhnlich. 3 bis 8. Yankee. Schwert der Gerechtigkeit. Hm. 3 bis 13. Müssen wir mal schauen, ob das nicht vielleicht jemand anderem gibt. Das kann man weg. Äh. Wie schaut's aus mit Tränke? Oh, was ist das? Sehr selten. Oh, okay. Ja, nee. Tun wir ausgleichen. Tauschen. Habt ihr noch Ramsch irgendwie mit? Laterne. Das behalten wir mal. Tiefbohrer. 2 bis 9. Das lassen wir mal. Da können wir noch ein paar Fackel loswerden. Knochen. Das Zeug ist da. Tauschen. Und du hast eh nichts mit. Beziehungsweise. Rapier. Vielleicht irgendwie Ausrüstung für dich. Selten Kleidung. 10. 10. Oder mal eher leichte Rüstung. 11. 13. 744. Ne, das machen wir nicht. Okay. Ja, ja. Gut. Ähm. Ja, komm. Machen wir mal rein. Hier. Oh. We did as we was told, General. Followed every order. The facts suggest otherwise. You were ordered to retrieve the artifact. You failed to do so. Ass. No, no, it was Minfara. She got the oldest. She. Enough. A blast of mental energy washes over you, filling the room. Your tadpoles squirms, urging you to obey. You failed to retrieve the artifact. You failed to protect your true soul. You do not deserve to live. Wir mischen uns nicht ein. Mercy, General. Please. General Thulm. Let our newest arrival speak. You have seen what these creatures are capable of and you have seen their inadequacies. Isn't that so? What is your judgment? You have no unloyal? Tell him! Enough! True soul, tell the General how the Goblins served our cause. Äh. Letztere ist total dumm. Ja, ich sag mal die zwei. Okay. Thank you. I'm glad someone noticed. I'm sure they were very enthusiastic. But zeal, without efficacy, is for children, not servants. We are too close to the ending. And the new beginning. I can cuddle failure no longer. Kill them, quickly. Okay. 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 He 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 he. He he he. He he he. He he he. I'm so sorry, my lord. He's an unbeliever outside my control. He he he. Auuuuhh Wir sollen wir denn den Umbring? Auuuuhh Ich schaue die Rest, wie Sie sehen. Oder besser gesagt... ...let's uns beendet von unseren Überzeugen Gästen... ... und ihren kreativen Genie. Ich bin sicher, dass die Ergebnisse... ...send eine klare Botschaft zu den Truppen... ... und die wichtigste Disziplin. Natürlich, mein Lord. Danke. Ich geh in meiner dunklen Seite noch. Du. Hab Spaß. Hier, in der Seat des absoluten Macht. Deine Autorität über ihnen ist komplett. Sie werden irgendeinem Kommand. Report' zu mir upstairs, wenn du fertig bist. Bitte! Du musst mir helfen! Für die alten Zeit! Das... ... Ding ist... ... alter. Da. Schlitzt euch auf Schnippschnapp und immer schön lächeln. Ich traue mir vor'n Becken so voller Blut, dass ich daran baden könnte. Lasst mir an Bade. Bettelt, röchelt, sterbt. Mmmmm. Mmmmm. Ja, ich nehm's erst hier. Nein! Bitte! Alter! Oh, das wird ziemlich dörd, dieses Spiel. Ja. 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 Ich glaub' wir wär' nochmal so richtig. Ich glaub' wir wär' nochmal so richtig. Ich glaub' wir wär' nochmal so richtig. Hm. Nehm' ich mit. Jo. Okay. Da waren doch drei. Da. Oh ja. Okay. Ah. So. Dann schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Okay. Wo ist denn der da hinten? Ah, da geht's noch draußen. Oh. 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 Hey, wer pinnt denn hier? Oh, das ist ne Katze. Oh, das ist ne Katze. Oh. Oh. Okay. Hm. Ach du Scheiße. Ja. Okay, 14. Ja, geil. Okay. Äh. Okay. Weiß nicht, was ich jetzt damit anfangen soll. Und da hinten geht's nicht rum. Was gedanklich in der Lauf hier? Hm. Ja, gut. Machen wir in den Kisten irgendwas interessants hier. Nö. Ja, Wasser brauche ich nicht. Alle klar. Geh mal wieder rein hier. Und da haben wir noch einen Händler. Ähnst du vielleicht einen Trank für mich? Äh. Naja, was werden das? Maybe I'd like your blood. A vial of true souls blood, specifically. With one drop I can grow a rather potent potion for you. The rest, I keep for myself. Mhhhhhh. Stimmt, das ist voller Bosheit Natürlich Oh Oh No Blessed by the Absolute but not blinded by it Now I simply must study you The beings you speak of have no use for Gods Und hier stehen wir in einer Kirche der Machen. Unless sie nicht die Machen, sondern die Mittel. Das wäre ein Geheimnis wert. Also, ich packe mich auf meine Offen. Du und dein Geheimnis. In exchange für die Potionen, ich erwähne, und eine kleine Pile von Gold, in der anderen... Ah ja, gut. Ich glaube, das waren viele. Uh-huh. Ehhh... Ja, was für eine Vorschläge. Ja. Wieso? Ja, aber ja, wir könnten mit unserem Vampir-Kollegen mal vorbeikommen, aber ich hoffe, das gut ist. Ja. Okay. Göttliche Führung, Mondschild, was? Grünstärke. Alles klar. Was haben wir hier noch? Wir müssen, bevor wir nach oben gehen. Oh. Ähm. Was zum... Okay. Irgendwie cool. Let me out, let me out. Let me out. Ja, okay. Dann geht's hier wieder raus. Okay. Ja, cool. Haben wir uns mal gesehen. Wobei, kann ich im Lager... Kann ich mal schnell ins Lager gehen und... Leute, jetzt kehren der Lager zurück zum Rasten, um sich mit Begleitern zu unterhalten. Ich will ihn nur ins Lager, ohne ihn rauszumachen. Äh, okay. Also, guck mal. Ähm, wo ist unser Collegiate? Du, bleibst mal bitte kurz da. In my years as the blade of the thorn. He is made of pure hate. The sword coast will rejoice when the bastards fallen. And lest we forget, we've a devil to rescue. Two missions, one destination. Wisst ihr, ob wir herzergäuern und jetzt finden können, wer im Mondaufgang angekommen sind? Ja, fahren wir mal. Also, nach unten. Gut. Ähm, ja. Du bleibst noch kurz da. Ja, da bleiben. Keine Sorge. So kommst du dann gleich wieder mit. Astarion, du gehst dafür mal mit. Just so you know. I don't judge you for what happened to that bard, Elphira. But the look of guilt on your face was priceless. Mhm. Hm. I don't care really. But you could have been more subtle about it. Wow. Gut. Ja. Gut. Hätten wir das. Und Logger verlassen. Cool. Schön, dass das geht. Also. Gehen wir da mal wieder rein hier. Oh shit, wir müssen da. Oh shit, wir müssen da... Oben ist es schwarz bei ihm? Okay. Schneider Stufenaufstieg. So, drei. So, drei. Zauber. Ah, etwas kann raus. Und etwas kann rein. Was gibt es denn da? Brennende Hände. Das finde ich mir gar nicht mehr so ungeil. Und dafür raus. Ja. Annehmen. Gut. Da, man kann schon mal. Ich werde nicht bemerken. Oh, ich mag es, wenn du das gemacht hast. Und er ist deinem zu bemerken. Meine Envy ist palpable. Ich bin sicher, dass er das wirklich glaubt. Wie wirklich adorabel ist. Hast du einen Namen, Spawn? Starrion, aber warte. Gut. Jetzt, ein Starrion. Ich träumte von einem Vampire, seit ich eine junge Mädchen war. Entschuldigung. Du willst, dass du dich träumst? Dass du dein Leben flachst. Dass du auf der Ebene zwischen Leben und Tod. Ja. Ich will es. Ich werde dir sogar kompensieren. Eine Potion legendarischer Macht, das immer die Kraft derjenige, der sie konsumiert. Es ist nicht für Verlust. Aber es ist deinem. Wenn du mich bemerkst. Ich werde... ...deklinen. Entschuldigung? Er hat seinen eigenen Willen. Wenn er nicht will, dann will er nicht. Okay. Dann hätten wir das Gespräch aufgehauen. Okay. Also. Auf der anderen Seite rein. Soll der Kaisen irgendwie runtergehen. Jetzt finden wir eine Türe. Oh, da ist schon mal Blut. Ich glaube, ich habe es gefunden. Dann machen wir das mal hier noch rum. Ah. Und auch. Yo. Wir stören immer hier nicht. Machen wir hier runter. Gefängnis. Und wir haben die Spaßkugel hier. Moin. Was zum... Oh, okay. Ah, nicht... Ach. Also wir dürfen hier auf gar keinen Fall irgendwie Scheiße bauen. Ansonsten gibt's Stress. Oh, okay. Ah, ich will da mal reingehen. Ich will mir das da hinten ansehen. Äh, noch eine Kugel. Die Wärterin. Die Wärterin. Äh, ich quatsch mal mit dir. Du. Du. Nicht dir. Der Herr Ketherick kann denken, dass du keinen Angelegen zu ihm in deinem Vergnügen stellen. Aber ich weiß die Dinge, die du getan hast. Du schaffst deine blöde Gedanken zu dir selbst. Und deine Kopfschmerzen. culinary die wieder zu gehen. Ja. Ja. Ich guck das berühre ich. Ja. Tja. Ich glaub das berühre ich. Okay Hmm Hmm Yeah Hmm 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 Ich weiß nicht Ja gut Also Moment 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 Da darf ich gar nicht lang Da könnten wir aber hochgehen Mal was da hingeht Okay Also eine Spaßkugel hier Oh, kann ich da raus? Was? Hmm Hmm Ah, versuchen dich herauszureden Ich bin überzeugt, dass du Mann Das kann jetzt doch nicht sein, oder? 718 Gold Telefon überzeugen, dass wir hier Ich probier's mal 1 und 3 Überzeugen 3 und 1 3, 1, 1 Oh Wir machen das 2 2 Äh Ja Also ich glaube Das war mal richtig hart Fail Jo Jo Ja Das war nix Das probier ich nochmal Ich bin kein Stress mit ihr Ja Wow Komm Komm Muss ich es schaffen Oh ja Geil Ja 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 Okay Okay Hm Hm Aber ich kann hier oben nicht wirklich was Boah Wir können hier raus Bringt mir das überhaupt was? Nee 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 Nicht so wirklich Ja Außer dass ich dann Ich würde ja so gerne mal hier hingehen Die Tür ist verschlossen Und wir hier hin Nicht erreichbar Geh doch mal hier hin und dann kannst du doch Da irgendwie runter springen oder nicht? Ähm Spritten springen Ja und jetzt hier hin Was ist das hier? Ähm Oh Okay Ich glaube wir sollten Speichern Ich glaube ich geh drauf wenn ich da rangehe aber Mal kurz gucken Okay Ähm Ja Mal wieder retour Kommen alle mit? Sehr gut So So Nach oben hier Ich würde sagen wir gehen mal hier wieder raus Und Mal hier wieder hingehen Das ist nicht erreichbar Mein Gott Leiter benutzen Dankeschön Okay Okay hier ist offen Und Und da ist dann Dicht Auch Level 70 Okay Also hier haben wir erstmal eine kleine Sackgasse Da kommen wir nicht weiter Was auch immer das da hinten ist aber bestimmt nichts Gutes Ich würde sagen Ich würde sagen Wir schauen uns mal hier weiter um Zum Zum Beispiel da Durch diese Tür da durch wo das Blut Rein oder raus kommt Okay Verhören Äh Ja Ich sehe schon ihr habt so Spaß hier dran Ah der Pool Ah nein das ist ja eine Treppe Ne Okay Oh Wir sind draußen Äh Akolyt mal Was sind wir jetzt? Oh okay wir sind einfach auf der anderen Seite jetzt Ähm Ja ich Ich glaube ich will hier doch nichts Wir gehen mal nach oben Machen wir das Eigentliche Nochmal Treppe 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 Die Treppe war's Gut Gut Gefängnis Wissen wir was ist Dann gehen wir hier mal die Treppe hoch Alter die sind alle so stark hier Bin ich hier richtig? Ja Könnt sein Ach da sind sie alle Bitte General Thorn's prayers and preparations must not be disturbed The rooftop is off limits to everyone Even you disciples round Everyone keep watch and ensure that nobody passes Excellent timing true soul Oh, I like you. That was inventive and efficient. And what a fine child it would be. But you didn't come here to tear the wings off insects. You came here to answer the Absolute's call. Let's see what you're made of. She parts the folds of your mind again, touching your wants and hopes, tasting them. Every emotion soaks into her mind's palate. But there is purpose to her exploration. She is searching for proof of your faith. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Äh. 1, 1, 3. 3, 1. Ah, machen wir das mal. Göttliche Führung. 15. Endlich. Yes. The Absolute fills your mind. But you have doubt and anger in your heart, not love. Hmm. 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 Töte eine Indie bereiten. Ah, das ist 96. Mal sehen. Ja. Mal sehen. Ja, zeig mal. Ja, zeig mal. Oh. 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 Ja. 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 Ja, gut. Wir müssen mit. Es ist ein Relikt, das General Thorne braucht. Er hat seinen größten Wörter, Balthasar, um ihn zu retten. Ja, gut. Wir müssen mit. Der Relikt ist unter dem Thorne-Familie Mausoleum. Das ist wo du find Balthasar findest. Aber wir haben mit ihm verloren verloren. Geh da. Aide Balthasar, wenn du kannst. Und bringe der Relikt nach Hause. Ja. Und er hat es nicht gefunden. Kein Wunder, er hat nicht zurückgekommen. Du hast gesehen, wie der General dealt mit Incompetenz. Sie bliehen. Kein Wunder, er ist nach Balthasar in der Dunkelheit. Ich hoffe, er findet ihn. Sie werden sicher, dass sie einen anderen zu spüren. Wenn sie das tun, Balthasar wird wieder zurückgekommen. Nier wird nicht. Seine Wunderung hat expired. Aber deine Utilität für unsere cause hat nur angefangen. Ja, gut. Bin so weit fertig. Die Schäden in der Mausoleum sind tief und fach. Du brauchst eine Wunderländer, um sie zu überleben. Geh eine von Balthasars Chambers. Aber nicht pein. Die letzte Person, die in seinen Geheimen verloren hat, hat ihre Hände verloren. Ich glaube, er benutzt ihn als ein Schädenpott. Ja, so eine Laterne haben wir ja schon. Okay. Da geht's rein und da darf ich nicht rein. Und der ist einfach mal tot. Cool. Sogar mit Gold. Ganzes Hütchen und Scheidewurst. Okay. Gut. Liebe Leute, ich würde sagen, wir belassen es erstmal für die Episode. Wir sind schon wieder in der Zeit. Spannend. Und hier wird nicht lange gefackelt. Geht ganz schön ab hier. Ich glaube, jetzt wird es dann richtig schwierig hier im Spiel. Aber ich bin gespannt, wie es weiter geht. Vor allem, wie wir wohl diesen General töten sollen, wenn er da unsterblich ist. Spannend. Wird ziemlich düster. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Gut. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.